Ich bin Tanja Marcic, Leiterin von MiSearch Schweiz Organisation. Es gibt drei Gründe, warum Vital World unser Partner ist. Und zwar Philosophie, Qualität und natürliche Resultate. Und ich bin Tom, der Geschäftspartner. Wir setzen uns für Nachhaltigkeit und soziale Aspekte ein. Erleben Sie basische und natürliche Ernährung und Pflege der Swiss Vital World. Entdecken Sie unsere ganze Bandbreite von Vitalpflastern für pure Energie über Gesichts- und Körperpflege. Bis zur natürliche Nahrungsergänzung und viel mehr. Nach den 10 Jahren jünger aussehen, das ist möglich mit dem Mini-Lifting von Swiss Vital World. Es scheint ein Traum zu sein, aber es ist tatsächlich wahr. Erregnen Sie mit diesem Produkt nicht nur sofort, sondern auch den Langzeit-Antifalten-Effekt. Und wir zeigen Ihnen jetzt, wie es geht. Tanja, zuerst reinigen wir uns das Gesicht am besten mit dem Tonic von Swiss Vital World. Jetzt tragen wir das Mini-Lifting auf. Tanja, jetzt warten wir 15-30 Minuten entspannt und wenn möglich ohne grosse Gesichtsbewegungen. Verwenden Sie Mini-Lifting täglich und Sie sehen bereits nach 30 Tagen deutlich vitaler und jünger aus. Zum einen werden die Falten nachhaltig reduziert und zum anderen wird die Haut straffer. Zu beiden Effekten gibt es eine Studie und diese stelle ich Ihnen jetzt kurz vor. Am Anfang der Studie ist bei ProbandInnen ein Silikonhutabdruck bei der Augenpartie durchgeführt worden. Nach 15 und 30 Tagen Anwendung ist wieder ein Abdruck gemacht worden. Bei der zweiten Testgruppe ist ein Placebo-Creme angewendet worden. Das Resultat? Mit den Wirkstoffen nach 15 Tagen sind 16,9% und nach 30 Tagen 27% Falterreduktion erzielt worden. Tanja, wie geht es dir? Gut, danke. Wie fühlt sich das Produkt bei dir an? Es fühlt sich sehr angenehm an, es fühlt sich fein an, es fühlt sich auch sehr geschmeidigt an und ich habe das Gefühl, es strafft. Und ich kann dir jetzt bestätigen und verraten, es wirkt bei dir. Ich sehe schon den Unterschied. Du siehst jünger und vitaler aus. Danke vielmals. Eine Gruppe ProbandInnen im Alter zwischen 35 und 55 Jahren haben die Creme für 28 Tage angewendet. Das Augenmerk ist auf den Anwert gelegt worden und der Wert gibt Auskunft über Hautoberfläche und Hautbild. Das Resultat hat selbst die Fachwelt verblüfft. Nach 28 Tagen ist eine Verbesserung des Anwerts um 20,4% nachgewiesen worden, was eine Hautbildveränderung von 10-20% des Lebensalters entspricht. Und jetzt sind 30 Minuten rum und jetzt wollen wir sehen, welche Wirkung das Minute Lifting bei Tanja hat. Wir sehen eine deutliche Veränderung in der Stirn-, Augen- und Labialfaltenpartie. Möchten Sie auch frischer und jugendlicher aussehen? Das Minute Lifting von Swiss Vital World zaubert ihm nur Jugendlichkeit und Schönheit ins Gesicht. Das Minute Lifting mit seinen einzigartigen Eigenschaften. Faltreduzierend und straffend. Frei von Allergenen. Dermatologisch mit sehr gut getestet. Frei von Paraben, Silikon und anderen Schadstoffen. Säurebasenneutral. Ausbalanciert nach dem Yin und Yang Prinzip der 5 Elementenlehre der asiatischen Heilkunst. Frei von Tierversuchen. Vegan. 100% Natur. Und mit natürlichen Pflanzenölen. Sichern Sie sich jetzt Minute Lifting und profitieren Sie vom attraktiven Einführungspreis von nur 99 statt 129 Franken. Jetzt bestellen unter vitalworld.ch, telefonisch unter 0848, 840, 120 oder in allen Weltbildfilialen.